hallo und herzlich willkommen zu let's play minecraft hier auf unserem wunderschönen server vor euch steht der sebastian und ich bin der karl ja alles schwachsinn ich bin hier der karl ach so ja nee also der komische typ hier die sehe ich gleich mal aus ich sehe aus wie so ich weiß auch nicht was ich sein soll ich bin sebastian von gamefrosch und ich nicht und jetzt machen wir hier kleines let's play und ich muss mal kurz die minecrafts sounds noch ein bisschen leiser machen auf 19 ich bringe hier ein paar hühner um dann haben wir was zu füllen so na 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 ach ich bin ja noch dings du bist noch dings alles klar das bin ich auch manchmal ich bin war gerade noch auf creative guck mal hier ist guck mal komm mal her komm mal her komm mal der berg da hinten ja geil oder machen wir machen jetzt ich würde sagen wir machen hier erst mal wir müssen erst mal gucken dass wir hier für nacht zurecht kommen okay warte mal ich mach mal kurz noch die minecraft musik aus so tja so ist das ne ja weil ich ich glaube hier drüben mit welchem texturen spack ich habe jetzt gerade noch gar keins drin mit welchem texturen spack spielst du ich habe gerade keins drin ne ich habe nur so gelacht wegen spack ach so ich habe erstmal auch noch keins drin ich spiele mit default look of minecraft so erst mal ein bisschen holz abbauen alter weißt du was was wir haben gerade unsere erste workbench kann ich gleich mal meine mein holz zu klanken machen so und ich vollidiot habe mir natürlich nakel gemacht und keine axt lol was das denn knopf es gibt holz knopfe ja auch schützt jetzt hat gerade hier meine tolle uhr mit aufgenommen warte mal die machen wir mal kurz weg das ist ja komisch ich das ist jetzt seit der neuen version da kannst du mit pfeilen drauf schießen ist ja cool so schuldigung dass man jetzt hier gerade nichts sieht aber ich muss hier mal kurz in die höhle gehen und mal kohle abbauen da ist ein zombie das wird man jetzt wahrscheinlich schlecht sehen na gut zwei kohle reichen erstmal und ich renne wieder raus ich bleibe über tage und mache hier die bäume weg so morgen morgen gehe ich schön mittag essen zu meiner omi was machst du morgen mal gucken das ist ja nun so dass ich von der 1.4.2 gar keine ahnung habe also es werden jetzt nicht so viele erneuerungen sein aber doch ist doch schon eine ganze menge brauchst du zurecht drei steine ja wäre nicht schlecht mache ich gleich mal stein axt danke gut und ich brauche noch ein bisschen stein ab da müssen auch gucken wegen der unterkunft für die nacht könnten uns ja hier vielleicht bei dem höhleneingang aber das ist glaube ich erst mal nichts oder weil das ist hier ein ganz schöner gang hauptsache wir kriegen jetzt nicht allzu viel stress zombie und ich komme gleich mal mit in die höhle wo bist du ach da unten ja ich hab ja cool hier ist schon ein bisschen eisen und hier habe ich die kohle weggerissen ich renne mal kurz ein bisschen durch du läufst aber jetzt gerade mal gar nicht gesehen wir wollen aber jetzt keine zwischen zwischen hallo und tschüss sachen machen oder zwischen den einzelnen folgen nein natürlich nicht wir nehmen durch und schneiden die dann in gut macht doch immer 15 minuten mal gucken ich höre schon dass du da wieder eine spinne vermöbelst oder ich baue kohle ab ach so dann habe ich mir die spinne nur eingebildet da geht es auch nicht so rund bin ich allzu tief wir könnten ich würde sagen wir gehen mal erst mal wieder zurück und gucken mal wegen der unterkunft die nacht weil ich habe ich habe unheimlich hunger wenig leben ja bei mir stehen jetzt auch schon drei vier fleischeklopse also ich habe auch schon ein bisschen hunger so eisen können wir später noch holen ich habe aber auch schon 20 holzplanken wenn ich da jetzt ja jetzt habe ich einmal 64 und einmal 32 holz das reicht ja erstmal ja auch hier sind ja ganz schön viele bäume gefällt man könnte eigentlich ja hier auch so ein schnuckliges haus hin bauen oder sowas ja warum denn nicht aber oft zu dem berg will ich später auch noch hin der ist schon echt cool der berg der berg ja ja die spinne hier hinten gibt keine ruhe hörst du dir auch bis noch in der höhle ne ich würde mich machen wir uns eine spitze hacke und dann hacke spitze 123 spitze hacke 123 ein kleines wortspiel ja unheimlich pass mal auf ich gebe dir schon mal ein bisschen holzplanken hier bleibt mal stehen so zwei steine würde ich sagen reicht für eine hohe aber eine hohe brauche ich jetzt erstmal noch nicht guck mal wir haben sogar ein kürbis ja ich würde mal sagen also ich setze mir den jetzt auf hallo hallo ich würde mal sebastian bisschen die monster erschrecken mit dem ding ja wir können ja mal gucken dass wir ein bisschen samen haben für getreide die samen und weil mit den samen also neuerdings muss man mit den samen hühnchen vermehren mit samen ja ich auch noch nicht gehört okay und wenn man dann hier was wir haben ja zuckerrohr hast du genug stein ich würde mal vielleicht einen ofen bauen ich habe jetzt hier ein hunge killt ich habe ein fleisch aber ich habe auch ein fleisch ich habe vier steine gut ich habe zwei steine da fehlen uns noch zwei ja sehr schön hier wunderschön sehe ich eigentlich bei dir auch so komisch aus oder sehe ich bei dir normal aus du siehst bei mir auch so braun aus braun also braun gelb irgendwas komisch weil ich bin ein Decker ich sehe keine ahnung was das da stellen soll ich sehe hässlich aus ja das stimmt deine mami ja hat letztens mit mir geredet ach so da müssen wir jetzt ja nicht weiter darauf eingehen ich wusste ich wusste noch gar nicht dass du reden kannst ne wusstest du nicht ne wusste ich nicht aber der sandberg sieht auch geil aus und daher ah der berg der sieht ja mal episch aus ach wie sieht das eigentlich mit der nacht aus war jetzt schon nacht so ich habe hier verdörtes fleisch für die dörte und einmal das hühn hühnchen hühnchen ich würde mal sagen jeder kriegt eins es reicht zum rennen ach da hat er schon schwert der kunde ich habe jetzt auch reichlich stein abgebaut ich brauche mir mal eben auch ein schwert ich kenne mal hier ein paar hühner jetzt machen wir gleich mal zwei schwert was denn neuerdings kann man ja auch eier gut gebrauchen für kuchen und neue hühner kannst du kürbiskuchen machen kürbiskuchen gibt es auch kannst du aus kürbis ein ei und ein zucker ein ei und kürbis habe ich schon mal und dann noch zucker an den kürbis würde ich nehmen würde ich sagen dass wir ihn anpflanzen also klar jetzt wird es doch nacht ja es wird ein wenig dunkel was machen wir da scheißen gehen in der nacht in der nacht scheißt es sich am besten nein oder karl getauchen genau wo ist denn unsere workbench hast du schon kleine schiefchen gesehen die leider noch nicht scharf ist so ich würde sagen dass wir die erste nacht heute draußen verbringen du bist ja hier der outdoor freak ja ich bin ted bier wer ist noch so ein überlebenskünstler keine ahnung frau mich bitte nicht okay ich hab dich nicht gehauen ach so ach nee du hast runtergefallen das war ja natürlich auch sehr drastisch so ich hab wieder volles leben ich auch guck mal hier die ganzen kakteen hey das ist ein paradies ich gehe da gleich mal was ab vielleicht finden wir auch ein schickes wüstendorf wäre auch nicht schlecht da sind ja mal diamanten und gold und sowas drin ja da ist noch ein hühnchen hallo hirschin wenn wir da ein bisschen hier samen haben dann vermehren wir die ich lege mich mal gerade eben mit einer spinne an aua ich lege mich mal gerade eben an eine spinne ran hat die aber nicht gemocht werden anlegen oder ist ein creeper den werde ich töten aua hau ab mein lieber so so wie ihr gleich sehen werde mache ich mir jetzt hier was unheimlich welche jetzt hier ein riesen feld anlegen mit dem mit stein den ich nicht habe nein scheiße 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 nein 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 komm schießt den schießt den sommer los komm du hast ja hier gerade voll die action ja du musst mal her komm schnell ach weiß gar nicht gleich tot nur viel spaß jeder ist nicht witzig doch doch da ist auch ein creeper den körper kann ja mal im wasser explodieren wo ein enderman habe ich auch gesehen aber das geld lässt mich nicht vor habe ich nur zuckerrohr der versteckt sich ja im schilf genau auch karl du stellst dich aber an sag mal habt ihr noch nie gegen den creeper gewonnen überhaupt gekämpft man natürlich immer da kommt eine spinne von oben aua da hinten ist ein skelettmann vielleicht wäre auch mal eine skelettfrau nicht so schlecht im spiel genau und schießt dann mit weiß nicht hat dann umgehauen ja hier voll krass nicht so richtig weil es wir nicht ausgleichen wie es wir nicht ausgleichen wie es ist Vielen Dank.